Und damit Willkommen zurück bei Hades! Ich will irgendwas loswerden. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir könnten ein bisschen Heilung brauchen. Ja, ich glaube, wir belassen uns mal dabei. Komm jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so viel weiter, aber ja nun. Mal schauen, wie weit es geht. Bäh. Ich bin da auf, dass ich hier nicht in das Wasser rein... slide. Jetzt lässt sich nicht vermeiden. Aber auch. Okay. Ah! Ah! Kannst du bitte nicht da reinspringen. Ich finde hier ist zu viel Wasser und zu wenig, äh... Zu wenig Erde. Ah! Dann bin ich hier jetzt schon wieder. Ja, das war ja natürlich, das war jetzt richtig smart. Hat ja gut funktioniert. Naja. Vielleicht, äh, läuft's jetzt in der nächsten Runde ein bisschen besser. Ich glaub's nicht. Aber... Aber ist ja nie. So, das war echt ein bisschen kacke. Ja, das Dumme ist halt, wenn ich einfach zu viele Leben bei Mech verliere oder wenn ich halt generell meine zwei Schranken da einfach vertue, dann, ähm... Kann ich auch über dich sagen. Ah, was ist denn hier los? Hey! Frech! Er erfindet Geschichten? Welche denn? Ich hab's jetzt noch nicht mitbekommen, dass er irgendwelchen, äh, Unsinn erzählt. Hm. Ist er eigentlich wieder rein? Ne. Okay. Oh, unsere Hundi ist schon wieder weg. Mann, oh. Ja, das, äh, hätte ich auch gehofft. Ja. Ja, aber... Man kann's ja trotzdem versuchen. Keinmer. So, was ham' wir hier schön noch? Lohnts isch'is oder nich? Hm? Bin ich überzeugt. Was haben wir hier? Ruhesessel. Weiß nicht, weiß nicht. Sitzgelegenheit. Na, nee. Ich spare das mal noch. Vielleicht kann ich es irgendwann anders gebrauchen. Nein. Wahrscheinlich sehen wir die doch irgendwann, falls ich es jemals weiter schaffe, als bis Elysium. Oder du könntest mich einfach entkommen lassen und wir kämpfen nicht. Wie wär das? Wär das nicht irgendwas Schönes? Das wär doch was. Da hätten wir beide was davon. So. Hm. Ich glaub, Klunkerchen hab ich noch nicht genommen. Und Schüssel auch noch nicht. Hm. Da haben wir auch noch nichts Neues. Was gibt's hier in der Wasserschale? Dreiunddreißig. Oh mein Gott. Ich hätte bestimmt, ja, mindestens noch dreiunddreißig Versuche brauchen, bis ich überhaupt da rauskomme. Falls ich es überhaupt jemals schaffe, sagen wir es mal so. Jo, was geht ab? Hm. Äh. Weiß nicht, ob ich den... Oder vielleicht... Oder vielleicht das hier mitnehmen. Obwohl, hier wird es halt mehr Bonus geben, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Malfon, I see everything you are. Okay, da könnte ich natürlich noch... Aber... Ich glaub, hier... Ähm... Genau, da brauch ich nämlich zwei, weil da würde ich das vielleicht aufleveln. Oder die Variante nehmen. Aber ich nehm... Ich nehm ja das mit. Und hoff das Beste. Let's go. Gar nicht weiter aufhalten hier. Kann nur schief gehen. Generell. Ah. Hm. Okay. Let's go, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Hm. Nimm mal das hier mit dem Wurf. Ja. Das mit dem Lachnaglen vergesse ich immer. Vielleicht hätte ich doch lieber das andere nehmen sollen. Ach, jetzt kommt die gute gleich nochmal. Hm. Oder wir gehen da einmal ne Runde in den Keller gucken. Hm. Weiß nicht. Aber dann hätte ich weniger Leben. Nee. Ja, komm. Bäh. Ups. Ich wollte nicht in den Keller schießen. Ja, komm. Lügen wir mal runter. Mal gucken, was da Schönes gibt. So. Ah, ne schöne goldene Vase gibt's hier. Nice. Ich würde sagen, wir machen einfach mal das ganze Interieur gut. Okay. Okay. Klingt halt nicht so vertrauenselbeck, ne, aber... Ähm, was haben wir denn hier? Also bewöffentlich getötet Gegner mit einer Entfernebombe, das mögliche ich aber nicht. Sputangriff, bloß 58% mehr Schaden. Hm, weiß nicht, weiß nicht. Nächsten vier normalen Schadenmütze, bloß 48% mehr Gegner stellen, danach komme ich 39% jetzt. Hm, zwei Schadenmütze, 32% mehr Schaden, danach 35% mache ich mehr Schaden. Hm, ich glaube, ich nehme das mal und hoffe das Beste, schauen wir mal. Update, was haben wir denn hier? Hm, da steht auch gar nichts Neues dabei, oder? Hm, okay. Aber was haben wir denn hier? Ne, da ist auch nichts Neues. Hier ist was Neues. Zeus! Eins stürzte er die Titanen seinen eigenen Vorfahren und entrang ihnen die Macht über alle Himmel und die Erde. Noch immer ist er unser aller Herrscher. Das ist wohl wahr. Ah, Hilfe. Hier, Aphrodite, da haben wir auch noch was Neues. Oft denke ich, dass sie die mächtigste Olympierin sein muss. Eine krachende Welle oder ein tosender Sturm sind nichts im Vergleich zu einem gebrochenen Herz. Oh ja, das ist wohl wahr. So, mal gucken, ob ich das hier überlebe. Und dann mehr Schaden mache. Okay, so weit so gut. Wo ist der Rest? Da oben. Ah, mein Auge juckt. Bäh. Verdammt, jetzt hat das nicht geklappt hier mit meinem... Ach, es hat doch... Es hat doch geklappt, aber ich habe aus Versehen jetzt weit mitgeworfen, naja. Okay, okay, das hat, äh, so weit so gut. Wie war es? Vierster ein bisschen, glaube ich, ne? Mh. Ah. Ah! Ich geh doch drauf, ich sprüße wieder. Und ich vergesse das immer nachzuladen. Aber das ist natürlich, äh, ist natürlich gut, wenn man die Schuss... ne Schuss... ne Schusswaffe benutzt. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man die nachladen würde. Ich will wieder das Upgrade haben, das sie automatisch nachlädt, dass ich da nichts machen muss. Das wäre viel angenehmer. Mann, oh. Achso, warte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, nach goldenen Vasen zu gucken. So, in welche Richtung will ich denn? Ja, ich glaube, ich will hier zum Upgrade und hoffe dann, dass ich das Upgrade bekomme mit dem Nachladen. Das wäre echt nice. Hallo. Ist hier jemand? Ah. 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 Bitte nicht. Bitte nicht da rein. Gott. Bitte. Please. Jetzt spring nicht in lineare Angriffe rein. Ah. 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 Oh Gott. Das... Nein. Ich bin doch echt ein bisschen doof. Wenn das so weitergeht, dann mache ich jetzt hier gleich meine... Ach komm. Da... Da... Da verschwende ich gleich hier eine von meinen Schangen hier drauf. Wahrscheinlich wirklich. Was heißt hier? Zu Geralt. Lach nicht so. Ich probiere echt ein bisschen den Spitz, mein Junge. Hä? Okay. Zumindest... Geschafft. Ohne... Ja. Ähm. Angriffzeug wird Gegner für deine Aristo. Plus 50 Schaden. Ah. Rakete. 80 Basisschaden. 55 Basisschaden. Schade. Nichts mit dem Nachladen. Verdammt. Minus 6 Schüsse. Oh nee. Wie macht das hier? Ah. Gott sei Dank. So warte. Habe ich die Vase jetzt mitgenommen hier? Da sieht's aus. Gut, gut, gut. Hallo. Hallo. Ja, ich versuch's. Du bist... Ich versuch's. Heilung. Ich brauch ganz dringend Heilung. Ich versuch's. Ich versuch's. Bäh. Ach nee. Bäh. Ah. Das ist echt ein bisschen doof mit der Bombe, die ich werfen kann. Weil... Ähm. Die so schnell da irgendwie weg sind. Dass mir das fast nichts bringt, aber... Gut. Jetzt hab ich gar nicht mitgezählt. Habe ich jetzt meine... meine vier Runden schon rum, wo ich... weniger Angriff hab. Und jetzt mehr bekomme. So. Bäh. Ha. Ja. Mich anzugreifen. Ich... Ich... Ich möchte das nicht. Da halten sie Abstand. Okay. Ähm. Was haben wir denn hier? Ja, das nehm ich nicht, aber... Hm. Wenn ich verletzt werde. Aha. Angriff stand Ketzenblitze aus und den Gegner an... Hm. Hm. Nimm mal das hier mit. All right, Lord Zeus. Einfach damit ich aus Rache dann schon... noch was dazu kriege. Oh. Uh. Helfen diesmal nur die beiden mir? Hm. Ist das eigentlich immer so, dass nur zwei... Hm. Ne, ich doch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, es waren dann mehr Götter, aber... Ich halte da nur... mitföligs... Ich lasse nicht... Ich weiß auch nicht, ob das... Wäähh! Ich weiß auch nicht, ob das... Wie macht doch auch, ob das wird... Sinn ja mich... Ah, okay. Nein, verdammt. Auf den fetten Klug bitte, bitte. Okay, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Oh, das ist nicht verkehrt. Gegner geschockt. Spezialität vom Blitz getroffen. Dein Beistand bewirkt das Gegner in der Nähe. Schnell vom Blitz getroffen. Ah, ich glaube, ich nehme das hier. Was mit dem Beistand, das check ich irgendwie noch nicht. Sag ich, glaube ich, jedes Mal, aber... ...zurechnen. Okay, da. Nein. Ich glaube, mich anzugreifen. Okay, da. Okay, da. Was ist das? Huh. Wieder ganz gut flüssig. Ah! Ich hab genau das Fallending drauf. Auch am besten wieder irgendwas, dass die Fallen mir nicht so viel abziehen. Ich glaub, ich hätte da gerne... Hallo! Ich brauch ein bisschen Heilung. Äh, ich krieg keine Heilung. Hilfe! Hm, vielleicht lieber ein Power-Up? Bin mir nicht sicher. Mist. Da gibt's, hm, da gibt's Heilung. Ja komm, dann kann ich mir jetzt einfach ein Power-Up. Ähm... Was haben wir hier? Der Wurf... Hm... Ich nehm' mal das hier. Okay, cool, danke. Hab' ich mir fast gedacht. Die goldene Vasen. Na, ein Schaden. Oh, ich hab' so wenig Leben, verdammt. Ach Mist, jetzt hab' ich gar nicht nochmal geguckt, ob ich, ähm... Hätt' ich mir noch diesen... Hätt' ich mir noch diesen, ähm... ... die Klunker leisten können. Hätt' ich mir auch in die Richtung schießen. Äh... 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 In die Gegner sind... In die Gegner sind... Nein! Ich bin schon wieder auf die Falle draufgesleitet. Ach, so ein Dreck. Nein! Nicht schon wieder! Das gibt's doch nicht. Jungen, was ist los mit dir? Ich glaub' der hat irgendwie so'n, äh... Todespunkt. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich glaub' in dieser Runde wird's nichts... Verdammt! Das kann ich mir gar nichts leisten. Äh... So ein Dreck. Naja, gut. Schade, schade, schade. Okay, Beck. Los! Mach' mich fertig! Ich weiß doch, wie das läuft. Ich nehm' ich beim nächsten Mal doch lieber wieder das Schwert mit. Hm. So einfach war das beim letzten Mal nicht, hättest du gesagt. Weil du fünf oder bar die gleichen Kack-Angriff gemacht hast. Wo du so'n komischen Licht da rumschießt. Ah! Hä, wieso mach' ich... Mach' ich keinen Schaden? Jetzt bin ich grad irgendwie... Ah! Ich hab' das Gefühl, ich mach' bei ihr gar keinen Schaden. Ich mach' das ein. Ich hab' das Gefühl, ich mach' das Geld zu haben. Ah! Du musst nicht mehr machen. Du musst nicht mehr machen. Ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl, ich hab' das Gefühl. Du musst auf dem zufällig sein, ich hab' das Gefühl, warum ich hab' das Gefühl. Nicht so viel, wie ich gerne will, ehrlich gesagt. Verdammt. Das war so klar. Ja, ich weiß. Ich glaub, das wird wieder nichts... Hey, kann ich mit der quatschen? Oder was wird das hier? Hä? Ist nicht in Ruhe. Ja, ich versuch's doch. Nee. Mach's wahr. Dann haust du dich nur. Kinder schon. Lassen sie das, Ma'am. Ah! Nein. Ach nee, nicht das schon wieder. Ich glaub, ich hab zu wenig Lebensmittel. Es wird wieder nichts hier. Obwohl ich jetzt also gar nicht so schlecht gegen sie klarkomme, aber wenn die das hier ist es echt. Ja. Okay. Oh! Ich dachte, die hat mich jetzt abgeworfen. Ja, aber ich... Okay, ich glaube, das bringt mir halt nur einfach nichts, weil ich jetzt dann einfach nicht weiterkomme. Ja, gut. Ja, ich versuch's ja, aber ich komme wahrscheinlich jetzt eh gleich wieder zurück, also... Was hat der Zähler dazu gesagt? Okay. Das heißt, bis später. Wir sind uns gleich in zwei Sekunden wieder, glaube ich. Äh... Ja, aber was... Für wie lange? Hallo? Hallo? Ah! Nein! Ah! Vielleicht schon wieder... schaffe... Ah! Entweder genau in die Angriffe reinzuspringen, oder... sieh hier mich... Ah, da verfolgt sich jemand! Geh weg! Geh weg! Hilfe! Geh weg! Geh in Ruhe! Los hier! Ah! Geh wieder ins Wasser rein geslidet! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Und da geht's gleich weiter! Money, Money, Money! Ich bin einfach schon so demotiviert, weil ich einfach genau weiß, dass das hier wieder nichts wird, weil ich einfach meine letzte Chance schon vertan habe. Oder was heißt... Also ich hab meine letzte Chance noch nicht vertan, aber das ist jetzt gerade meine letzte Chance. Ich hab eh nicht mehr so viel Leben. Und dann werfen die mich hier mit Zeug und hauen ab. Jungs! Ah! Es ist einfach immer das gleiche! So, lassen sie mich in Ruhe tun. Wenn sie auf Sachen macht, mir zu werfen, das ist nicht sehr nett! Naja, wenigstens kriegen sie eine dran. Wenn ich irgendeinen Schaden nehme, von daher. Ja. Wenn ein schwacher Tor... Ah! Ist das hier auch noch? Oh, mein Gott! Oh! Money! Money, Money! Okay, da gibt's fette Klunker, da gibt's einen Laden. Okay, ich glaub, ich geh shoppen. Nicht, dass es mir wahrscheinlich viel bringen würde, aber... Äh, ja, ich hätte gerne das hier. Und... Dann hätte ich gerne noch... Eigentlich das hier. So, jetzt können wir uns zwar das nicht mehr leisten, aber zumindest hab ich... Ähm, erstmal wieder ein bisschen mehr Leben! Mal gucken. Ich weiß, ich sollte nicht so pessimistisch sein, aber... Ich denk mir immer so, ja, gut. Aber wahrscheinlich nicht so weit. Ah! Ah! Wenn sie auf mich so beschreckt, Sir. Ich wollte nur... ... gucken. ... was hier hinten so ist. Ah! Nein! Ich will das Feuer rein! Ach Gott, Junge. Bitte. Guck mir das hier an. Das ist echt... Das wär echt sehr freundlich von dir. Hör! Jetzt... Hör auf, immer ab zu hauen! Ich will doch von hinten drauf schießen. Nein! Ah! Leben! Ah, das ist auch so fies, ne? Jetzt hab ich schon... 200 Leben Maximum, aber es nützt mir so nichts, weil ich wahrscheinlich eh gleich wieder draufgehe. Demnächst. Hm. Ne. Lieber nicht. Besser ist es. Gibt es noch einen dritten Weg? Ne, ne? Ne, ne? Hm. Hier wäre dann nochmal Aphrodite, aber ich glaub ich hätte gerne lieber von dem anderen Onkel hier noch was. Der das hier schon so hochzügig anhütet. Aber... Na, ich weiß nicht, ob das hier das wird. Oh Gott! Oh Scheiße. Oh Gott, Hilfe! Das... Ah! Oh nein. Kann nicht gut gehen. Oh, Hilfe! Ah! 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 Ich schaff's doch immer wieder in das Feuer reinzuspringen. Hilfe! Na toll! Ah! 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 Das wird, glaub ich, echt zu viel. Jaaa! Oh! Muss auch sagen, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wenn ich jetzt noch ein paar Chancen gehabt hätte. So, aber, ja, gut. Nun ja. Ich kenne das ja schon. Ja, verdammt nichts. Gut, dann würde ich sagen, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.